Ich bin Björn Tambor von Tambor Sozialdienstleistung. Wir haben mittlerweile fast 200 Mitarbeiter bei uns im Team. Ich sage ganz gerne auch mal Alltagshelden. Unsere Helden wollen wir natürlich auch bestmöglich unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen, die wir begleiten, haben ganz individuelle Bedürfnisse. Einige Kinder müssen körperlich gefördert werden, andere psychisch. Wir kümmern uns seit fast zehn Jahren um jedes einzelne Kind, individuell. Ich bin seit drei Jahren bei Tambor als Schulbegleiter. Meine Aufgabe ist es, ein Kind in der Schule zu begleiten. Ich bin auch Schulbegleiterin. Meine Arbeit bedeutet für mich nicht nur Geld verdienen oder Zeit absetzen. Das bedeutet mir viel mehr. Meine Tätigkeit gibt mir so ein Gefühl, dass man mit dem Kleinen etwas Großes bewirken kann. Ohne mein Team würde es nicht gehen. Deshalb möchte ich, dass unsere Mitarbeiter auch fit sind und lange bei uns bleiben. Wir haben ganz viele tolle Benefiz von unserem Chef ermöglicht bekommen. Seit letztem Jahr haben wir eine betriebliche Zusatzversicherung der Allianz mit dem Paket Mein Gesundheitsbudget 300. Besonders toll dabei ist, dass ich selbst entscheiden kann, wofür ich dieses Budget nütze. Zum Schluss habe ich mir davon meine Zahnreinigung bezahlt. Unsere Arbeit ist nicht immer leicht. Da ist es doch umso schöner zu wissen, dass wir unterstützt sind bei eigener Gesundheit. Meine Arbeit gefällt mir sehr gut. Ich mache das wirklich gerne. Und da kommt es mir auch sehr entgegen, dass Tannenbau für mich auch gesundheitlich sorgt. Wenn man mit neuen Bewerbern spricht, fällt das natürlich positiv auf. Weil es gibt natürlich in vielen Unternehmen gar keine Möglichkeit, so eine betriebliche Krankenversicherung zu haben. Ich finde es toll, dass es bei unserem Team als auch bei den neuen Bewerbern so gut ankommt. Denn nur mit einem gesunden und fitem Team können wir unseren Job richtig gut machen. Gesund hoch X – die Extraportion Gesundheit. Mit der betrieblichen Krankenversicherung der Allianz.